Grandioser Karriere-Schritt für den 16-jährigen Erwin Omik, eines der größten Talente des österreichischen Fußballs, wechselt von der Jugendakademie der Salzburger in eine der Welthauptstädte des Sports zu Juventus Turin, der alten Dame. Omik ist zudem österreichischer Jung-National-Team-Kicker, der 16-Jährige spielt unter Martin Scherb im U16-Team des ÖFBs, durfte bisweilen sogar die Kapitänsschleife überstreifen. Der offensive Mittelfeldspieler ist beidfüßig, technisch stark und überrascht seine Gegner mit enormer Spritzigkeit. In 20 Spielen in der Jugendliga U16 traf Omik viermal für die AKA der Salzburger. Bei Juventus genießt er zuerst die Ausbildung in der Akademie, danach stehen ihm wohl alle Wege offen. Werbung 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 Werbung